hallo meine lieben wie ihr seht geht das video direkt los und wir starten gewohnt mit unseren kästen das heißt wir unterteilen unsere zwei blätter für die wochengestaltung in sieben flächen das heißt auf der linken seite drei flächen auf der rechten seite genauso drei nur dass das letzte kästchen dann noch durch zwei halbiert ist und fürs wochenende dasteht ich habe mit einem roten fineliner angefangen die drei bereiche abgegrenzt und dann halt kästchen rein gemalt so wie ich das auch in den letzten wochen schon gemacht habe das ist ja wochengestaltung nummer 6 das heißt wir sind immer noch im februar und das heißt wir sind immer noch im monat der liebe das wird sich auch so durchziehen und irgendwie ist es auch ganz angenehm immer eine gewisse wiederholung zu sehen dass man dann nicht immer groß überlegen muss was kommt als nächstes hier seht ihr die rechte seite wie ich gesagt habe die oberen kästchen sind genauso groß wie links nur das letzte ist halt unterteilt in zwei bereiche ich meine das ist schon ziemlich ordentlich beschleunigt aber irgendwie habe ich die ganze zeit irgendwas irgendwas hat mich abgelenkt ich habe sehr viel gestoppt da hatte ich anscheinend schwierigkeiten mit meinem stift das ist natürlich immer so großartig du meist die ganze zeit und das funktioniert und dann auf den letzten paar metern zentimetern im grunde sogar will der stift nicht mehr ja hier habe ich versucht den zu aktivieren zu malen zu kritzeln und das ging dann nicht und ich bin nicht gerade ein ungeduldiger mensch also ich habe das wirklich sehr sehr lange versucht hier sehen wir es ist ein anderer stift auch der scheint schwierigkeiten zu machen wenn sowas passiert und ich kriege den stift nicht mehr zum laufen dann ist das ein fall für den mülleimer weil das ist mir meine zeit auch nicht wert hier habe ich angefangen hässchen zu malen irgendwie war mir danach ich glaube das ist auch dann der der hochzeitstag den ich markieren wollte so genau und da ist schon ein ein motiv was ich mir ausgesucht habe das ist ein digitaler stempel von the paper shelter das habe ich mir ausgestanzt und da auch schon rahmen zugestanzt wie ich das gerne benutzen möchte hier seht ihr ein action stempel set das habe ich tatsächlich noch nie benutzt das ist so eine art gelande und die wird jetzt rot gestempelt dazu benutze ich die novo hybrid stempel kissen ich stempel hier mit meiner stempel hilfe da ich mit dem ergebnis nicht ganz zufrieden war mache ich einen zweiten abdruck damit auch der ja das motiv besser zu erkennen sein hier ist die rechte seite wie wiederholen das muster auch hier war ich unzufrieden und habe das ganze ein zweites mal gestempelt wie ihr seht positioniere ich das ganze ein bisschen versetzt damit die rechte seite komplett ausgefüllt ist auch hier wird zweimal gestempelt und wenn die rechte seite fertig ist wiederholen wir das ganze auch auf der linken seite oder auch nicht auf jeden fall mache ich hier den stempel sauber dann wohl eher nicht hier habe ich label papier und ein stempel von action das ist ein kleines set gewesen wo es dazu auch eine passende stanze zu gab oder gibt die gibt es halt jetzt aktuell nicht mehr zu kaufen aber die habe ich so halt in meinem sortiment und ich habe mich dazu entschieden das ganze für jeden wochentag zu machen deswegen brauche ich natürlich sie mal hier benutze ich auch wieder ein rotes stempelkissen von nuvo der vorteil bei der stempelhilfe gerade bei so großen flächen ist das ja weiß ihr dann doch nicht in sauberen abdruck habt könnt ihr das ganze wiederholen und das papier verschiebt sich in der regel auch nicht sofern die magnete dran sind so haben wir jetzt sieben stück komplett die habe ich auch tatsächlich mit etwas abstand gestempelt weil ich die alle auch einzelnen ausstanzen werde hier mache ich auf aquarellpapier reststück noch einen zusätzlichen stempel das ist auch ein set von action eine ich denke mal eine sektflasche und zwei sektgläser könnte aber auch eine weinflasche sein sieht er aus wie wein würde ich sagen weinkelche sehen ein bisschen breiter als sekt hier in schwarz gestempelt mit dem black suit von archival ink auch hier habe ich eine passende stanze dazu und eine schablone das heißt ich lege die schablone so auf dass ich dann ungefähr gleichen abstand links und rechts oben und unten habe dann braucht die stanze nur noch rein flutschen und dann kann ich das ganze fixieren und hoffentlich auch sauber ausstanzen ohne dass mir alles verrutscht die schablone bewahre ich natürlich auch die wird mehrmals benutzt die habe ich mal aus karteikarte zugeschnitten wird alles zusammen in einer hülle aufbewahrten mit den stempeln und mit den stanzen hier habe ich mich entschieden für die wochen also die wochentage noch zusätzlich drauf zu stempeln wie ihr seht kann man auch gleich alle tage auf einmal stempeln richtig positionieren dass das mittig ist stempel aufnehmen und mit dem black suit von archival ink einfärben manchmal hat man knoten der zunge natürlich wieder stempel sauber machen und auf die stempelplatte wieder drauf kleben damit die auch bloß nicht verloren gehen und fürs nächste mal zu finden sind hier habe ich ein weiteres stempel set von action genommen und ein banner der wird auch wieder in rot gestempelt sauber machen abmontieren zurück auf die platte das gleiche wiederholen wir noch mal hier habe ich mich entschieden ich glaube das war weg als stempel aus der gleichen stempel set auch zu benutzen mal zur abwechslung auf englisch anstatt unseres übliche deutsche woche wobei bei der zahl bin ich mir selber treu geblieben das ist von kreativ zeitlos aus dem selben set wie die letzten wochen damit halt doch ein bisschen einheitlicher look da ist jetzt das ganze ausschneiden beziehungsweise die lebens werden gestanzt da seht ihr schon die stanze und meine schablone dafür damit der stanze ein bisschen leichter von der hand geht habe ich die ganzen wochentage auseinander geschnitten und stanze das ganze jetzt einzeln durch mit der schablone ist das positionieren halt wirklich einfacher und da müsst ihr dann euch keine gedanken machen dass ihr das ganze falsch tanzt und dann doch vielleicht noch mal neu stempeln müsst also man sichert sich dann halt ein bisschen damit ab und wie man sieht die schablone wird allein in diesem video sieben mal benutzt wo die existiert und lebt immer noch doch wäre schön wenn man im richtigen leben genauso stellen schnell stanzen könnte ja so ich glaube wir sind jetzt durch mit dem stanzen ich räume das ganze beiseite und hier ist unsere aktuelle wochendeko soweit wir gestempelt und gemalt haben jetzt nur noch den label ausschneiden das ist ja alles auf selbstklebende etikettierfolie gestempelt das heißt das ist selbstklebend ihr braucht das wirklich nur ausschneiden da könnt ihr das auch schon direkt in euren wochenplanung einkleben ich schneide ein bisschen mit rand aus damit das zu dem rest auch passt ich meine die labels sind ja auch mit etwas rand ausgestanzt sie sind ja auch nicht konturgenau und damit wirkt das halt auch alles ein bisschen ähnlich angenehm fürs auge hier positioniere ich schon meine elemente soweit ich dir habe um zu gucken wie viel platze übrig bleibt und ich habe mich entschieden dass mir das ganze doch alles zu nackig ist also wird mit stempel farbe wieder gewischt und eingefärbt ich habe mich für eine schablone von action entschieden natürlich mit einem pinsel wir fangen mit helm rosa an und färben uns die die kanten so ein bisschen ein arbeiten uns von der mitte aus nach außen das gleiche wiederholen wir auf der linken seite so ein bisschen farbe geht halt immer jetzt weiß ich warum ich links nicht gestempelt habe weil das ganze wird verdeckt mit meinem digitalen stempel und da wäre das eigentlich das stempeln an sicher schon eine verschwendung verschwendung an zeit hier gibt es dann das dunklere pink was ich mir ausgesucht habe und auch die schablone das sind so pünktchen die ein quadratisches muster geben und in jedem quadrat bild sich dann halt ein herzchen das ganze wird auch auf der rechten seite wiederholt hier habe ich ein stempel von einer alten stempelplatte von action ich glaube dass es mit die erste dich damals bei action ergattern konnte das ist jetzt eine art spruchstempel denn setze ich hier und da um ein bisschen struktur zu erzeugen mal aneinander mal direkt gestempelt mal die zweite generation dann wird er natürlich wieder sauber gemacht und abmontiert zurück auf die platte und hier habe ich einen zweiten stempel von derselben platte das sieht aus wie so ein post stempel der wird halt auch wiederholt gestempelt und aufgesetzt und hier sind ja genau das ist eine art spruchstempel auch von einem action set das habe ich dann halt im hintergrund gestempelt das hatte so eine ähnliche ja visuelle struktur beziehungsweise zeichnung wie jetzt diese gelanden die ich oben gestempelt habe und ich fand das hat sich ganz gut ergänzt und deswegen habe ich dann halt mich dafür entschieden auf der platte waren auch noch so herzchen so abstrakte dreier herzchen und die habe ich dann halt als element mit auf meinem auf meiner wochendeko gestempelt wobei will ich genug herzchen haben hier noch ein einzelnes das ist so ausgefüllt sieht aus wie gekritzelt und hier noch ein weiteres herzchen und hier noch ein bisschen und hier geht es endlich auch auf auf kleben ich habe mir das motiv dahin gelegt damit ich weiß wo das sitzt die einzelnen wochentage werden aufgeklebt das motiv ist natürlich sehr groß ist bedeckt den halben montag und allein aus diesem grund habe ich mich dann entschieden die woche selbst auf die rechte seite zu bringen damit das halt ein bisschen links frei bleibt aber nur ein bisschen hier habe ich dann die rennen oder den rand des stempelmotives mit einem rosa ton eingefärbt mit meinem klebestift aufgeklebt auf die matung die ich mir geschnitten habe die matung ist ein oval mit herz muster und das mache ich halt immer wenn ich dann später das ganze vernähe das heißt wenn ich an meine nähmaschine muss hier habe ich sogar die weinflasche und die weingläser schon direkt auf meinen meine wochendeko aufgeklebt und die kolorie ich jetzt mit meinen distress reinkern ich habe mit grau angefangen habe die schattierung gesetzt das motiv an sich ist ja schon sehr schattiert das heißt ihr könnt eigentlich dem ganzen folgen und euch dementsprechende anpassen hier ist so ein weinrot was ich genommen habe und das ganze jetzt nur noch schattieren anpassen bisschen das label um die flasche selbst kolorieren also viel zu kolorieren ist eigentlich auch nicht hier ist farbe braun für den korken auch ich wollte nicht so viele farben reinbringen und dachte bei rot und rosa sollte ich bleiben deswegen auch rotwein und mit braun wird das ganze noch schattiert dunkler gemacht zum schluss noch ein bisschen schwarz für die krassen kontraste und für den schatten wie ihr seht habe ich in der zwischenzeit das motiv auch genäht und auch auf meine wochendeko aufgeklebt hier fange ich mit dem action wassertank pinsel an und male mir erstmal den hintergrund bläulich das heißt ich fange am motiv an und lasse das ganze mit wasser auslaufen das verwische ich halt ein bisschen stärker der farbton ist sehr minimal sehr zurückhaltend unter der pinsel hat so groß ist es schon für große flächen auch besser geeignet das wechsel ich gleich zu einem feinen pinsel wenn es dann darum geht das motiv selbst auszumalen gerade das kolorieren beansprucht bei mir immer sehr viel zeit ich meine das video ist jetzt sehr stark beschleunigt und selbst da sieht es jetzt noch relativ langsam aus das heißt ich sitze da schon stimme halbe stunde bis eine stunde dran bis ich dann so ein motiv ausgemalt habe nur möchte ich euch bestimmt nicht so lange hier festhalten und langweilen deswegen ist diese bild bearbeitung oder video bearbeitung schon ganz angenehm dann geht das alles ein bisschen schneller und man kann trotzdem gut erkennen was hier auf dem oder im video passiert und wie ich das ganze überhaupt koloriere und hier ist auch schon mein feiner wassertankpinsel dann habe ich mal online bestellt und der ist sehr fein und gerade für feine arbeiten super geeignet hier setze ich mit grau schatten und ich habe so ein bisschen diesen dampf oder dieses hochsteigenden ja kaffee dunst oder was das ist halt auch mit grau bisschen angemalt damit sich das von dem blauen hintergrund etwas abhebt wie man sieht das fach ist schon fast leer und trotzdem kommt immer noch farbe raus also diese reinka sind wirklich sehr ergiebig da kriegt man einiges mit koloriert hier werden auch die tassen gleich mit eingefärbt jetzt geht es rüber zum vintage foto das ist ein braun ton damit mal ich jetzt den stuhl an und auch den tisch und da wo ich denke dass das halt ein bisschen dunkler sein kann kommen noch walnuss zum einsatz rosa für die wangen die die wangen müssen bei mir rosa sein das hat sich irgendwie schon durchgesetzt jetzt versuche ich mit ähnlichen farbtönen das ist jetzt pommiston ein warmer grau ton und hier ist ein rosa die beiden so ein bisschen anzuziehen und passend anzumalen ich meine man geht meistens das pärchen doch irgendwie im partner look manchmal bewusst manchmal unbewusst hier war es eine blaue jeans bei der dame und das jackett ist auch so ein grau blau ton weil das für den hut und für das t shirt hier habe ich mich an meine ja vorzugten farben gehalten die ich denke zu diesem zu dieser wochendeko einfach passen meine kaum einer von uns wird die ganze zeit nur in rot und rosa und pink rumlaufen deswegen so ein bisschen gedigene neutralere erdtöne und blautöne hier habe ich mit mit den mit der hautfarbe angefangen auch die ist relativ bräunlich geworden aber okay und ich meine es werden beide blond das heißt wir fangen mit gelb an und arbeiten dann mit mit morangen stunden die schattierung aus und gehen dann mit einem braun mit rein um dem ganzen noch ein bisschen mehr tiefe und struktur zu verleihen blond ist ja einfach nicht nur blond oder nicht nur gelb oder nicht nur braun oder hellbraun das sind halt die haarfarben haben immer sehr viele verschiedene farbtöne mit drin und ergeben dann am ende das was wir uns unter blond vorstellen oder unter brünett oder keine ahnung hier habe ich auch schon ein bisschen schatten statt im gesicht gesetzt und das ganze ein bisschen zu definieren ich glaube das ist die farbe rostig gerade verwendet habe sicher bin ich mir dabei nicht und ich meine die ganzen bezeichnung von distress habe ich eh nicht im kopf das heißt ich weiß vintage foto weil ich das wirklich so oft benutze egal ob zum wischen oder wir jetzt hier zum kolorieren zum dunkler machen da kann ich es schon quasi direkt sagen wo das liegt oder was das ist gerade genauso wie die grautöne und ja das schwarz ja nach dem braunen ton kommt eigentlich nur schwarz und dann werden wir mit der koloration fertig ich kann nur sagen dass ich meistens wirklich hell anfange und das ganze dann ein bisschen dunkler mache in der farbe die ich mir ausgesucht habe und dann entweder mit grau oder braun oder sogar mit schwarz das ganze definieren oder halt dunkler mache schattiere und das ist jetzt auch vintage foto was zum einsatz kommt um die schattierung im haar zu setzen und da macht ihr halt einfach pinselstriche in die richtung wo ihr denkt dass es euch gefällt hier habe ich dann die weste auch in rosa ausgemalt damit das ganze zum gesamt wochenblatt quasi passt das ist pommes ton gerade das ist ein grau ton ein warmer grau ton in dem gleichen ton wird auch seine hose angemalt hier wird der rosa farbton mit braun schattiert und auch das sweatshirt wird halt mit braun die schatten gesetzt und dunkler gearbeitet definiert und so verleiht man den ganzen figur ein bisschen tiefe wenn man weiß wo man die schatten setzen muss dann ist es auch ein relativ leichtes spiel und man kann immer noch was ergänzen man kann immer noch was dunkler gestalten wenn man denkt dass irgendwie ein bereich einem noch nicht genug tiefe hat jetzt kommt endlich auch schwarz zum einsatz das werden sozusagen die tiefsten schatten gesetzt das heißt auch da wohl mit braun schon reingegangen seid könnt ihr mit schwarz das ganze ein bisschen noch dunkler machen und auch hier wie im letzten video bereits immer lieber weniger farbe nehmen gerade bei schwarz immer vorsichtiger hinzufügen zu viel auf einmal könnte sehr schnell daneben gehen und das kriegt ihr halt nicht mehr wieder raus was ich zum beispiel auch bei menschen nicht mache ist mit schwarz ins gesicht gehen das heißt meine schattierungen im gesicht werden sich auf braun bestränken weil das finde ich sieht sehr düster aus und unnatürlich wenn man mit schwarz das ganze schattiert deswegen ich vermeide das grundsätzlich ich mag das nicht aber kleidung und gegenstände das ist kein problem also da kann auch ruhig mal schwarz mit rein genauso wie in die haare dass es stört mich dann auch nicht das ist alles bis jetzt schwarz also auch allein allein mit der letzten farbe halte ich mich schon eine halbe ewigkeit auf wie ihr sehen könnt und ich mache dann so lange weiter bis ich dann irgendwann sage dass es mir genug es reicht so das war es dann jetzt auch so das war es dann jetzt auch ich muss ein bisschen raus zoomen das ist oder okay hier habe ich mir eine prickel unterlage genommen und runtergelegt damit ich etwas weicheren untergrund habe und mit meinem friction fühle ich jetzt dann den rest auf die sechs ist mir teilweise nicht nicht super gute gelungen beim stempeln deswegen habe ich hier einen fineliner und habe den die sechs jetzt nachgemalt und jetzt übertrage ich die wochentage für jeden wochentag einzeln das ist direkt mit meiner handschrift ausgefüllt das geht schnell und ich wiederhole es trotzdem zweimal ich mal das übereinander weil mir das oft nach dem ersten zeichnen zu hell ist und nicht definiert genug man könnte auch das hier zum beispiel stempeln nur ich je öfter man stempel verwendet oder je mehr man versucht desto wahrscheinlicher ist es dass man sich einen fehler einfängt und das wollte ich dann halt auch nicht so jetzt das ganze in den planer packen und dann werden wir durch mit diesem mit dieser woche da da